Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und ihr kennt sicherlich noch die Folge mit der Hanf-Cola. Ramses testet. Chill mal die Hanf-Cola. Hier seht ihr nochmal, wie die aussah. Chill mal die Hanf-Cola. No hate, life is great. Die Welt gehört denen, die sie gechillt genießen können. No hate, life is great. Wunderbar. Steht auch alles da. Koffeinhaltiges... 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 Kohler-Erfrischungsgetränk mit Hanfsamen-Extrakt. Wasser, Zucker, Kohlensäure, Hanfsamen-Extrakt 0,25%. Die habe ich jetzt nochmal rausgekramt und mir nochmal gegönnt, weil ich ein anderes Produkt gefunden habe von Eat Trendy. Und das ist dieser Kartoffelsnack mit Hanfgeschmack. Da steht auch dabei, enjoy them together. Also genießt den zusammen. Kann ich euch hier nochmal zeigen, wie das aussieht. Hier also Chill mal die Hanf-Cola. Hier mit so einer Brennnessel drauf. Richtig genial. Und hier hinten noch der Kartoffelsnack. Eat Trendy. Enjoy them together. Hier zwei Füchse oder was das sein soll. Nochmal eine Brennnessel. Richtig genial. Was steht hinten noch drauf? Genießt die Tüte doch mal anders. Versteht ihr das? Wer eine Tüte raucht und jetzt isst er die Tüte. So, was steht da noch? Nichts. Da stehen die Zutaten. Ernährungstabelle. Okay. Snack-Time. Da freuen sich die Wölfe. Es ist sogar vegan. Also für die Veganer schlagt zu 100 Gramm. Ist auch nicht so viel. Das wollen wir jetzt natürlich aufmachen und probieren. Vorher nehmen wir aber nochmal einen Schluck von der Hanf-Cola. Da weiß ich nämlich schon gar nicht mehr, wie die schmeckt. Zack. Ich liebe es, aus der Dose zu schlürfen. Dieses Knacken beim Öffnen. Und dann, wenn die kalt ist, ich friere das ganze Gesicht dabei noch ab. Ist einfach ein ganz anderes Feeling. Aus einer Dose zu trinken. Auf jeden Fall richtig genial. Sehr erfrischend. Immer Dosen. Nur gekühlt trinken. Ich sag's euch. Ich kann, wenn ich was anderes trinke und das ist nicht gekühlt, da kriegt ihr nur Schaum in die Fresse. Also vor lauter Kohlensäure. Aber sobald das gekühlt ist, hat die Kohlensäure nicht mehr die Oberhand, sondern der Geschmack und die Freshness, wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt wollen wir aber mal den Hanf-Snack aufmachen. Wir sind mal gespannt, wie der schmeckt. Ah, ganz süß. Junge, die haben doch alle keine Kraft. Wie soll man das aufkriegen? Ich glaube, wir reißen es einfach oben ein. Ah, das geht auch nicht. Oh, jetzt. Das ist aber schön. Machen wir einfach ein Loch in die Seite. Für die, die nichts können, die machen das halt so. Was ist das denn? Das sieht ja aus wie ein Gemüsechip. Der ist auf jeden Fall richtig belegt. Riecht momentan, als wären die halt etwas salzig und muffig. Wir probieren mal. Der ist nicht ganz so grün. Probieren wir noch einen. Ich glaube, wir probieren mal einen Spei. Ich glaube, wir probieren mal eine Hand voll. So. Erste mal ein Stück Cola. Hinterher zum Nachspülen. Um den widerlichen Geschmack loszuwerden. Also, was soll ich sagen? Ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Probieren wir das mal. Die sind, also eigentlich sind sie schön knusprig. Aber irgendwie schmeckt das dann auf einmal, als hättet ihr in eine Tülle Mehl reingebissen. Weil sich das, diese Samen so breit machen im Mund. Legen sich überall um den Gaumen, um die Zunge, um alles. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Geschmacklich ist es aber interessant. Es schmeckt erst ein bisschen salzig und knusprig. Und dann kommt so eine leichte, so eine Kräuternote durch. Ich glaube, wenn ihr euch so eine Beutelsuppe aufmacht, mit so Grünspan drin. Und die macht ihr nicht im Becher, sondern esst das Pulver einfach so. Dann geht es euch genauso. Dann legt sich das auch auf die Zunge. Saugt euch die Feuchtigkeit aus. Versucht euch zu schlingen. Und... Keine Ahnung, also... Würde ich auf jeden Fall nochmal essen. Ihr seht, das geht, ne? Ein... Oder auch zwei. Das geht. Das ist eine ganze Hand voll. Aber ich habe ja Besuch. Der war da drüben. Da steht ja, genießt die zusammen. Ich gucke mir dann mal an, was der dazu sagt. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Die scheinen auch nicht so fettig zu sein. Er war eher trocken. Und jetzt fühle ich mich schon wieder, als hätte ich irgendwas... Irgendeinen Pulver gegessen. Was man normalerweise in den Becher schüttet. Und ein kochendes Wasser drüber. Damit man das dann als Suppe trinken kann. Und da man das Wasser vergessen hat. Und nur das Pulver in den Mund geschlungen hat. Und jetzt einfach alles trocken ist. Und gleich überall hängt. Ist also komisch. Habe ich noch nie gehabt, so. Probiert das mal aus. Wenn ihr die findet, auf jeden Fall. Von Eat Trendy. Die Hanf. Also der Hanfsnack. Der Kartoffelsnack mit Hanfgeschmack. Das war es von meiner Seite aus. Ich weiß leider gar nicht mehr, wo die her sind. Das war es trotzdem von meiner Seite aus. Ich weiß gar nichts mehr, seitdem ich da probiert habe. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. 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 Vielen Dank.